und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemberstein baus heute mal wieder mit einem set von lego und dieses mal auch mal wieder ein neueres set von lego und zwar die lego technik 42164 den offroad race buggy vorher möchte ich euch aber noch mal darauf hinweisen dass die abstimmung für das 200 euro convolut set welches wir am samstag vorstellen immer noch bis mittwoch um 18 uhr läuft dementsprechend geht da fleißig rüber und lasst eure meinung dort freien lauf um aus den vier sets das gewinner set für samstag zu bestimmen und wenn überhaupt keine ahnung habt über was ich gerade geredet habe schaut euch gerne dieses video zum ende an und dann schaut mal in die beschreibung denn da habe ich euch das 200 euro convolut haul mit classic sets von kobe kasis luban und co verlinkt damit ihr euch das auch noch anschauen könnt und euch von den vier sets die zur auswahl stehen ein bild machen könnt dieses set ist natürlich alles andere als classic und ich bin mal gespannt ob es hier wieder so ist dass die kleinen technik sets überzeugen die gestaltung der vorderseite gefällt mir gut auf der oberseite gibt es nicht allzu viel interessantes außer eine 1 zu 1 abbildung des vorderreifen und auf den anderen beiden set seiten gibt es leider auch nichts sehr spannendes zu sehen auf der rückseite hingegen sehen wir das hat auch noch einmal von hinten und wir sehen hier die spielfunktion erklärt wir haben also eine lenkung gespannt wie die funktioniert ob wir hand of god haben oder nicht dann haben wir eine federung und man kann auch noch etwas mit den türen machen das schauen wir uns natürlich dann zusammen an ich mache das ganze jetzt auf jeden fall auf damit die steine tüten und die anleitung zum vorschein kommen und hier seht ihr schon mal die bauabschnittstüten wir haben auch wieder bei diesem kleinen set zwei bauabschnitte ok lego möchte es natürlich wieder einfach halten das ist jetzt nichts neues aber relativ neu ist doch dass wir auch nicht nur eine anleitung haben denn das wäre ja viel zu sinnvoll wir haben natürlich zwei anleitungen ja sagte jetzt das soll man bestimmt mit seinem freund bauen dann ist das aber leider nicht hundertprozentig durchdacht weil man bei der zweiten anleitung auch ab dem 75 bauschritt die sachen aus der ersten anleitung benötigt um weiter zu kommen und das set dann erst ab dem 86 bauschritt wirklich vervollständigt wird ich meine rein theoretisch kann man es dann trotzdem bis zu einem gewissen grad mit einem kumpel zusammenbauen aber ich meine ist das jetzt wirklich bei dieser größe von set nötig ich weiß es nicht also mir hätte eine anleitung mehr als gereicht über die steinequalität reden wir natürlich dann wie immer während des baus wenn wir auch etwas dazu sagen können eines kann ich jetzt aber schon sagen die reifen fühlen sich richtig gut an was wir neben den bauabschnittstüten und natürlich den anleitungen auch noch hier drin finden sind leider mal wieder sticker aber das muss man hier natürlich in relation setzen denn wir reden hier über ein 15 euro 99 spiel set in der uvp 15 euro 99 der realistische preis bei den händlern ist ungefähr 11 bis 12 euro und da ist es meiner meinung nach völlig legitim sticker reinzulegen wir brauchen aber nicht drüber reden gedruckt wäre wie immer besser und lego hat ja zuletzt auch in der city serie gezeigt dass sie das in dem preisrahmen auch hinbekommen könnten etwas zu drucken in diesem fall leider nicht aber reden wir gar nicht weiter um den heißen brei ich würde sagen ich fange jetzt an zu bauen und wir sehen uns nach der ersten anleitung wieder und wir sehen uns das erste mal nach der ersten anleitung wieder der bau geht natürlich super super einfach keine frage und auch sehr schnell vorbei und bis hierhin ging es auch wirklich sehr sehr schnell vorbei ich muss schon mal von anfang an sagen ich bin echt manchmal nicht der beste wenn es darum geht funktionen von der verpackung richtig zu deuten denn es gibt ja diese funktion bei der man nicht durch eine hand of god zum beispiel lenkt und sondern bei dem man durch das neigen und die steuerung lenkt ja das haben wir auch hier genau so eingebaut und ich muss sagen ich freue mich da sehr drüber denn ich habe schon öfter davon gehört aber selber noch nie so eine lenkung bauen dürfen also ich bin sehr gespannt wie das ganze sich hier am ende anfühlt denn mir wäre es sehr wichtig dass es sich organisch anfühlt ich meine klar man kann mit technik teilen eigentlich so gut wie alles stabil bekommen so dass nichts abfällt aber man hat bei manchen technik setzt immer das gefühl dass es sich einfach nicht gut anfühlt dass sich so anfühlt als wäre es ungewollt als fällt gleich was ab oder als hat man da einen ungewollten flex oder ein ungewolltes spiel und da bin ich sehr gespannt ob das ganze am ende sich ungewollt oder gut anfühlt das finden wir natürlich zusammen heraus ich muss sagen bisher gefällt mir das und so im trockenlauf ohne dass die gesamte front gebaut ist fühlt es sich auch echt stimmig an warum ich aber gerade so gelacht habe und noch mal erzählt habe dass ich es von der verpackung nicht so schön gesehen habe ich meine wir haben uns vorhin dieses bild hier zusammen angeschaut also ich glaube noch eindeutiger dass hier diese art von lenkung gebaut ist hätte es lego eigentlich nicht abdrucken können das hätte ich durchaus sehen können aber ich möchte mich ja im voraus auch nicht über die sets super doll informieren oder mir schon reviews dazu anschauen denn ich möchte mir zu jedem set meine eigene meinung bilden und die wird natürlich verfälscht wenn ich im vorhinein irgendwelche berichte oder reviews darüber lese oder schaue und deshalb passieren eben auch solche kleinen faux pas aber meiner meinung nach ist es genau deshalb ja auch irgendwo authentisch denn hier sind natürlich jetzt trotzdem nicht viele zahnräder drin bisher genau zwei aber das ist eine technische funktion in so einem kleinen set die echt potenzial hat wenn sie sich am ende gut anfühlt was ich dagegen echt schäbig finde ist leider der motor wir haben hier einen mitlaufenden vier zylinder der vier zylinder besteht wieder aus ja im endeffekt vier pins ohne friktion die hier drin rum hüpfen das ist für mich jetzt nicht die definition von coole mitlaufenden motor vor allem weil das auch nicht so wirklich befestigt ist das wappelt hier drin rum und wird am ende nur von diesen teilen hier halbwegs in form gehalten ja ich finde das hätte mehr potenzial und was ich immer bei technics jetzt schade finde und ich finde ich hätte man es durchaus einbauen können wir haben hier leider mal wieder kein differenzial also es läuft nur eine achse mit ich war jetzt auf jeden fall weiter und so finden wir es zusammen heraus und wir sehen uns gleich nach der zweiten anleitung mit dem fertigen buggy wieder und wir sehen uns nach 86 bauschritten jetzt auch schon mit dem fertigen buggy wieder mir ist auch aufgefallen ich habe euch vorhin die teilliste unterschlagen so geht das natürlich nicht also wie immer haltet euch das video gerne an wenn euch das ganze noch näher interessiert hat lego auch in diesem fall mal wieder bei einem kleinen set also wie gesagt 16 euro uvp aber deutlich günstiger zu bekommen überzeugt oder gibt es große probleme mit diesem set fangen wir doch erstmal bei der steinequalität an und die steinequalität ist hier wirklich überragend mal wieder gewesen sehr sehr gute steine keine von diesen kleinen fehlerchen die jetzt vereinzelt doch bei lego auch aufgetreten sind hier hat sich jeder stein gut angefühlt jeder stein sieht gut aus bis auf die steine aber den fehler kennen wir ja von lego mit relativ offensichtlichen angusspunkten aber selbst in diesem punkt finde ich haben sie sich ein wenig verbessert also das war wirklich eine top qualität so machen technik steine spaß zum bau habe ich am zwischenbauschritt schon etwas gesagt der ist super einfach vielleicht sogar ein stückchen zu einfach wir werden das bei lego realistisch aber wahrscheinlich sowieso nicht mehr ändern können was wir auch bei lego realistisch wahrscheinlich sowieso nicht mehr ändern können ist dass bei der technikreihe sehr viele funktionen fehlen bei diesem set haben sie aber schon ein paar kleine funktionen reingebaut und ich finde die sind dem set auf jeden fall angemessen und der setgröße wir haben uns ja den motor schon zusammen angeschaut ich finde da würde mehr gehen aber immerhin haben wir einen mitlaufenden motor und es ist natürlich kein differenzial drin ich hätte es cool gefunden wenn wir eins hätten aber auch hier ist derselbe punkt ich kann es bei der setgröße gut verschmerzen die hauptfunktion ist natürlich bei diesem fahrzeug die federung die ja gleichzeitig auch durch die neigung den lenkwinkel bestimmt und da war ich am anfang ja etwas skeptisch dass es sich vielleicht ungewollt anfühlen könnte da habe ich mir das kann ich aber sagen absolut zu unrecht sorgen gemacht ich finde es fühlt sich sehr sehr gut an es ist natürlich sehr wobbelig wir haben hier ein sehr bewegliches set was stark gefedert ist aber genauso sollte ein buggy sein der fühlt sich gut an der fühlt sich nachvollziehbar an und die lenkung macht mir mega spaß mit diesem einlenken dadurch dass wir ein federn ich finde das ist an sich ein cooles konzept für so kleine sets die stark gefedert sind denn wir sparen uns natürlich dadurch eine hand of gott steuerung leider sparen wir uns aber auch dadurch jegliche wenigstens attrappe eines lenkrads aber es macht spaß damit rumzufahren und das ist das aller aller wichtigste bei so einem spielset also damit kann man richtig freude haben und als letzte kleine funktion können wir auch noch die türen aufklappen wenn man es hier überhaupt türen nennt damit man dann sich reinsetzen könnte schade nur dass es natürlich bei lego nichts mehr zum reinsetzen gibt weil es ja keine technikfiguren mehr gibt aber dieses verschränken der vorderachse zum lenken in kombination mit der federung fühlt sich wie gesagt richtig gut an und kann als hauptfunktion auf jeden fall so ein kleines set tragen ich finde das konzept richtig gut umgesetzt in diesem fahrzeug das letzte wäre noch das aussehen bei technik setzt zwar mit das unwichtigste wenn man eine funktion hat und bei diesem set vor allen dingen auch etwas unwichtiger weil wir bei diesem set keine lizenz haben danke lego danke dass sie hier nicht auf krampf irgendeine lizenz drauf geknallt hätte so dass wir jetzt hier stehen müssten und sagen müssten naja aber so richtig sieht das ja jetzt nicht wie die bedroll vorlage aus sie haben sich einen großen gefallen getan die lizenz hier weg zu lassen und so kann man aussehensmäßig sagen für mich sieht der cool aus ganz ehrlich es sind natürlich gewöhnungsbedürftige farben auf den ersten blick für sehr sehr viele leute ich habe das problem schon eher weniger weil knallige farben finde ich auch hin und wieder richtig gut und gerade auf rennenwagen oder auch auf so einem rennen buggy finde ich knallige farben toll und ich finde die farbkombination mit diesem neongelb den blauen teilen und den schwarzen akzenten sehr sehr gut gelungen und auch wenn es sticker sind und leider keine prints wir haben das vorhin ja schon besprochen finde ich sehen die sticker auch sehr sehr schön designt aus und es gibt ein rundes bild mit dem ich echt freude habe etwas schade finde ich dass wir nur vorn die radkappen haben auch hier wie gesagt ein sticker kein print und hinten keine ich hätte mir in dem fall hinten noch radkappen gewünscht aber gut gefällt mir dass wir hinten richtig schöne dicke reifen haben und vorne dünnere das ist ja leider bei lego technik modellen nicht selbstverständlich selbst bei denen wo es eigentlich selbstverständlich sein müsste und ein kleiner kritikpunkt wäre noch klar wir haben hinten dicke reifen und vorn dünne reifen aber das profil ist mir zu wenig für einen offroad buggy aber da sind wir an dem punkt angelangt da müssen wir bei einem spiel set die kirche im dorf lassen es muss hier nicht alles komplett realistisch sein wir haben natürlich lego typisch auch noch ein paar kleinen ersatzteilchen dabei nichts welt veränderndes aber cool wenn es dabei ist also meiner meinung nach ist das als spiel set und dafür ist das gedacht ein richtig cooles set mit dem man sehr viel freude haben kann und deshalb stellt sich für mich nicht die frage ob dieses set eine kaufempfehlung kriegt wenn wir von einer uvp von 16 euro ausgehen und dann ja auch von dem eigentlichen kaufpreis der sich um die 12 euro handelt sogar noch ein stückchen günstiger geht je nachdem wie man dazu kommt da ist das für mich kein set bei dem ich lange nachdenken muss weil man für dieses geld sehr viel spielspaß kauft der bau hat spaß gemacht auch wenn er einfach war aber gerade die konstruktion von der federung und von dieser sich verwindenden achse das hat freude gemacht auch wenn es natürlich wieder ein technik set ist in dem leider nur zwei zahnräder drin sind und der motor vielleicht nicht allzu sehr überzeugt hat das sind aber an sich auch schon die größten kritikpunkte ich meine wir haben darüber gesprochen der motor könnte etwas cooler sein meiner meinung nach dann wir haben sticker die sind aber dem set angemessen und wir haben zwei anleitungen ja gut das ist ja überhaupt kein problem das ist ja jetzt kein großer fehler sondern es ist ja eher etwas was mich irritiert hat weil ich das nicht unbedingt gebraucht hätte stören tut es ein ja aber ehrlich gesagt auch nicht was mich dagegen mehr stört und das muss ich leider auch noch ansprechen auch wenn mir das a modell hier sehr gut gefällt es gibt kein b modell mehr wie schon bei den großen sets in letzter zeit hat jetzt auch lego bei den kleinen sets gänzlich das b modell abgeschafft und das finde ich sehr sehr schade das drückt natürlich nicht den spielwert von diesem set an sich aber ich hätte es mir gewünscht dass es weiterhin b modelle gibt um auch noch diesen gedanken lego auseinander bauen und was neues draus bauen wirklich besser zu leben klar es gibt natürlich auch alternativ bilds für dieses set auf rebrickable zum beispiel mit denen man sicherlich auch viel spaß haben kann aber ich finde es sehr sehr schade dass diese b modelle bei technik in letzter zeit so gelitten hatten und jetzt sogar gänzlich rausgenommen worden denn das hat für mich technik und die spielart lego immer zu etwas besonderem gemacht und das fehlt mir dann hier auch wenn es wahrscheinlich unrealistisch ist hoffe ich dass in zukunft es wieder b modelle geben wird aber auf mich werden sie wahrscheinlich nicht hören als spielset bekommt das set aber selbstverständlich trotzdem eine kaufempfehlung wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt schreibt gern mal eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich fahr jetzt mal ganz schnell mit meinem buggy in den sonnenuntergang haut rein euer valleybrick an ein 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 Bis zum nächsten Mal.